Hi, hallo, ich bin Andreas Fröhlich und ich lese Wilder, wilder Wald von Margit Auer, der elfte Teil der Reihe Die Schule der magischen Tiere. Diesmal verschlägt es Miss Kornfields Klasse in ein Wildniscamp. Das wird sehr, sehr spannend und sehr abenteuerlich. Ich hoffe, ihr hört einfach mal rein, denn mir hat es persönlich sehr, sehr gut gefallen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.